In Deutschland gibt es Gesetze, die ein friedliches Zusammenleben regeln. Was geschieht aber, wenn sich jemand nicht an das Gesetz hält? Richtig, er wird bestraft. Und was passiert, wenn sich die eigene Regierung nicht an das Gesetz hält? In diesem Fall kann man beim Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde einreichen. Die Verfassungsrichter müssen sich dieser Beschwerde dann annehmen und den vorhandenen Sachverhalt aufklären. Im schlimmsten Fall müssen sie die Regierung bei einem Verfassungsbruch zur Verantwortung ziehen. Und was ist, wenn das nicht passiert? Ist es denn schon einmal geschehen? Ja, und zwar öfter als man denkt. 2012 wurde eine Verfassungsbeschwerde bezüglich des ESM-Vertrages zu den Sparauflagen des ESM eingereicht. In 2016 und 2017 gab es drei Verfassungsbeschwerden über den Syrieneinsatz. Dieser Militäreinsatz geschah ohne UNO-Mandat und war dementsprechend verfassungswidrig. Was geschah mit diesen Beschwerden? Sie wurden nicht angenommen. Hätte das Bundesverfassungsgericht nicht begründen müssen, warum diese Beschwerden nicht angenommen werden? Eigentlich schon. Das sollte man doch erwarten. Haben sie aber nicht. Seit 1993 hat das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit, Nichtannahmen von Verfassungsbeschwerden nicht mehr zu begründen. Dadurch kann die Öffentlichkeit in diesen Fällen nicht mehr nachvollziehen, ob es die Annahmekriterien ordnungsgemäß angewendet hat. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass die Richter am Verfassungsgericht von genau diesen Politikern eingesetzt werden, über die sie richten sollen und gleichzeitig Beschwerden ohne juristische Begründung abgelehnt werden können, dann ist der Willkür Tür und Tor geöffnet. Machen wir der Willkür ein Ende. Weisen wir das Bundesverfassungsgericht wieder in seine Schranken. Schließen wir die Tür zu dieser möglichen Willkür. Machen wir es dem Bundesverfassungsgericht unmöglich, jemals wieder unbemerkt Willkürentscheidungen zu treffen. Wie soll das gehen? Zeichnet unsere Petitionen. Stoppt den Grundrechtsboykott. Sorgen wir dafür, dass sich die Politik wieder ans Grundgesetz halten muss. Kehren wir zum Rechtsstaat zurück. Mach mit! Wenn die Organe des Staates in letzter Instanz versagen und dabei die Ordnung des Grundgesetzes gefährden, ist dann die Widerstandslage gegeben? Richter, die sich nicht konsequent vor die Ordnung des Grundgesetzes stellen, haben in Karlsruhe nichts zu suchen. Wer das Grundgesetz nicht gibt, soll Karlsruhe verlassen. Ich will einen vollständig funktionierenden Rechtsstaat und keine Widerstandslage. Darum mache ich mit. Darum mache ich mit. Darum mache ich mit. Darum mache ich mit. Darum operatieren. Darum checken. piece-Minist Mackem Darum bedeutet.